Ja Leute, hier ist der MrNikolimLP, falls ihr mich nicht kennt und durch dieses Video tatsächlich auf mich aufmerksam geworden seid. Naja, ist ja auch scheißegal, eigentlich wollte ich hier nur mal eben Bescheid sagen. Und zwar geht es um eine Petition gegen die GEMA. Und das von einer extrem seriösen Seite, und zwar dem Deutschen Bundestag. Also, wer glaubt, das ist irgendein Fake oder irgendeine bescheuerte kleine Futzlseite, die meint, wir müssen jetzt gegen die GEMA vordringen, immerhin ist das wichtig. Nein, hier geht es wirklich um die Politik. Also, dementsprechend, da ist der Staat dran beteiligt. Und zwar hundertprozentig. Also, wenn ihr dort unterschreibt, dann unterschreibt ihr nicht bei irgendeinem Futzke, der dann ein Exempel statuiert am Bundestag oder sonst wo. Sondern, das ist der Bundestag. Dort kommt sofort alles an. Es machen schon so scheiße viele mit und ich wollte eigentlich auch mal dabei sein und mal hier sagen, Leute, meldet euch da an, meinetwegen auch unter einem falschen Namen, ist doch scheißegal. Hauptsache, die sehen, wir wollen es nicht haben. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Tut mir leid, dass heute kein Happy Wheels kam. Das liegt einfach wirklich nur daran, dass ich zeitlich momentan eher viel zu tun habe. Und außerdem kommt bald das neue Equip an. Also, freut euch schon drauf auf Studioqualität. Und es haben schon einige gefragt nach dem Abo-Special, wenn ich irgendwann mal 3000 Abonnenten erreiche. Ja, ich werde mein Equip dann auch zeigen. Ich werde auch zeigen, mit was ich arbeite, wie ich arbeite und sonst derartiges. Also, das ist nur mal ein kleines Infovideo, damit die Leute wissen, äh, gegen Gemmafort dringend jetzt. Hauen sie Leute! Und damit verabschiede ich mich.